Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp, zum DAX-Check heute am Donnerstag. Ja, gestern alle sehr gemächlich unterwegs, am Abend dann die FED-Entscheidung. Auch hier jetzt keine großen Überraschungen, wenngleich die FED jetzt ihre Ziele mehr am Arbeitsmarkt festmacht. Und zwar will man erst die Zinsen erhöhen, wenn man Vollbeschäftigung erreicht hat. Sprich, wenn man nie Vollbeschäftigung erreicht, muss man auch die Zinsen nicht anpassen. Klar, man hat sich auch zum Tapering geäußert, das kann schon dann in den nächsten Quartalen kommen. Aber ob die Zinsen jemals wieder so signifikant steigen, eher fraglich. Und man sieht es auch an der Zinsentwicklung, an den Renditen. Der Bond-Future zum Beispiel notiert bei 176 und damit auf dem höchsten Stand seit Februar. Also Zins wird so nach und nach abgeschafft, hat man den Eindruck im Moment. Der DAX gestern, wie gesagt, bei 15,570 leicht im Plus wieder hier in die Mitte von dieser Range sich angenähert. Heute Morgen auch wieder die Indikation im Bereich 15,570. Vielleicht haben wir schon die ersten Kursse. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ja nichts passiert. Wir sind sogar über der 15,6. Wunderbar. Für unser Produkt ist das natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, wenn wir uns im Bereich 15,5, 15,6 halten. Wir sehen es bestimmt auch gleich eingeblendet. Den Schein mit der SF1 FSV. Ein Inline-Optionsschein, der 10 Euro bringt, wenn wir uns bis zum 17. September in dieser Range halten. Zwischen 14,6 und 16,4. Die Mitte ist bei 15,5 und entsprechend positiv wäre es, wenn wir uns da in diesen Gefilden auch die nächsten Wochen aufhalten würden. Wir sind mittlerweile von 4,33 auf 5,75 und die Stopp-Kurs-Mail, die kommt jetzt die nächsten Tage. Wir haben im Moment einfach auch keine Notwendigkeit, die rauszuschicken, aber wir haben das natürlich im Blick und werden die Position keineswegs mehr ins Minus laufen lassen. Das war es eigentlich soweit. Wir haben nichts dagegen, wenn wir uns weiter in dem Bereich bewegen. Auf Einzelaktien-Ebene tut sich natürlich da ganz viel mehr. Das ist auch unsere Aufgabe vom Aktionär hier, Ihnen die guten Tipps herauszusuchen. Was den DAX betrifft, der darf sich weiterhin so in der Range bewegen. Haben wir nichts dagegen. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, trotzdem weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie gesund. Bis morgen nochmal. Ciao.